Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Medal of Honor. Wir nähern uns, glaube ich, sogar schon den Schluss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sind ja jetzt schon mit einer Patrouille zusammengestoßen. Mit Adams und zwar mit der von Rabbit. Und die von DAS, die kann ja auch nicht weit sein. Die sind ja auch schon im Gebirge. Also bin gespannt, wie das jetzt dann auch vorangeht. Und dann werden wir die zwei Typen rausholen. Also Rabbit und wer noch? Mada. Die sind ja gefangen genommen worden. Und die sind hier im Gebirge stehen geblieben mit Adams. Und wir bewegen uns da gerade nach vor. Vor, 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 vor. Und da hinten ist wieder ab. So, das war ein Kopfschuss. Wieder ein Kontrollpunkt. Sehr gut. Liebe Kontrollpunkte. Ich habe mich so daran gewöhnt. Nein, da hinten ist einer. Oh ja, da hinten ist er. Ah, cool. Die Granate hat ihn einmal, endlich mal gedrückt. Okay, gut. Wir gehen noch ein bisschen hier vor. Hey, 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 Burschen! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Oh, das sieht sich gerade noch aus, gar nicht. Kopfschuss, perfekt, mit den letzten, mit der letzten Kugel wieder. Verdammtes Nadelöhr! Ich werde von oben beschossen! Sanzi, beschossen von oben! Verdammter Mist, wir müssen weiter! Er ist fertig! Er ist gut! So, ich werde einmal da raufgehen, glaube ich. Vielleicht kommt ja einer von diesen KIs mit. Wäre auf jeden Fall nett. Wieso flankieren hier? Schaut euch das auf, was der ist los. Was ist das? Die spawnen hier immer wieder, oder was? Gottes Willen, habt ihr das gesehen? Die sind ja jedes Mal gespawnt. Schau, da! Da! Das ist ja nicht normal! Muss ich das jetzt wieder neu laden? Okay, gut. Also, das war jetzt. Habt ihr das gesehen? Oh, ich hab einen Respawn gefunden. Ja, den habt ihr eh, oder? Muss ich mir mal Muni geben? Danke. Es ist ja klar, dass man da nicht weiterkommt, wenn sie die ganze Zeit da respawnen. Wir kommen einen in die Fresse nach der anderen. Ich geh mal hier weiter vor. Vielleicht geht ja das doch weg. Bissen wir uns mal da. Ja, der muss auch nachladen. Huh, huh, huh. Gut. Habt ihr das gesehen? Voll! Ich kann mehr weiter. Mann, hier sind aber eine Menge Mistkerle. Der Geheimdienst hat scheiße gebaut. Es hilft nichts. Weiter! Die können da alle raufspringen. Na komm rauf. Na, wenigstens helfen wir ihm. Danke. Hey, sehen Sie sich das an? Eine Hundemarke? Von Rabbit. Scheiße. Nein, das ist gut. AQ hätte Sie als Souvenir behalten. Sie haben Sie weggeworfen. Sie leben. Kommen Sie, hier entlang. Ja, dann geht's voran. Sie brauchen keine Munition. Ich brauche keine Munition. Man kann nicht genug Munition bei sich haben. Ist mir schon so oft ausgegangen. Ja, mit dieser Schotflinte haben wir nicht so viel gearbeitet. Außer einmal, wo ich halt Auszug bin. Aber das habe ich rausgeschnitten. Kontakt! Aussteigen! So, da oben. Passt. Zwei Down. Schmiedet den Stein. Ja, das ist eine gute Idee. Mach ich auch. Dann machen wir sie auf die Art und holen. Jungs, wir brauchen hier alles, was ihr habt. Musik wird wieder so traurig schon wieder. 11 Uhr, 200 Meter. Entdeckung. Gefick dich doch. Wollt ihr nicht vorgehen? Wieso muss ich immer vorgehen? Ungefähr da ja. Entdeckung. Okay, gut. Wir werden ein bisschen weiter vorrücken. Aber langsam werden wir vorrücken. Vorrücken. Ja, rückt zwar. Schau hier vor. Unten bleiben. Tangos in erhöhter Position. Feuerschutz. Wo ist denn Dusty? Kommt der auch noch? Meine Frist. Oder wie soll ich? Bezug auf mich? Okay. Na, nichts Adams Bewegung. Bewegst euch mal selber. Adams Bewegung. Na, nichts Adams Bewegung. Den haben wir. Den haben wir auch, oder? Scheint so. Der läuft dorthin und nimmt sich die Waffe von ihm. Die KI ist ja voll intelligent. Unglaublich. Geschessen. Komm, 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 lad nach. Stellt sich alle auf das Geschütz. Zierich. Perfekt, den haben wir auch. Den haben wir auch. So, der ist wieder auf die Geschützposition hier. So, Geschütz haben wir wieder ausgeschalten. Wir wollen ja ein bisschen weiter vorkommen auch. Vielleicht muss man ja weiter vorgehen. Einfach nur vorrücken hier. Komm, vor, vor, vor. Vor. Perfekt, komm, Breacher. Vor, vor, vor. Finn ist der einzige hier. Unglaublich. Garate runter! Garate! Garate! Du hast eh zehn mit. Geh'n mal da. So rein in die... ...schöne Bravo-Aus. Volle Settung! Shit! Runter! Shit, shit, shit! Udo, ich war gestürmt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kontrollpunkt wieder. Sehr gut. Schade immer mal Muni. Danke. Gute Idee, Petterson. Barcrum, hier, Bravo-One-Six. Hammer. Perfekt. Uh, runter, runter, runter. Langsam, aber vorsichtig. Was sagt der Hase zum Igel? Ich bin schon zu faul. Ah, ich muss da weiter vorrücken. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Geben Sie mir länglich zu fest. Ich muss da hin. Na, gefick dich! Fick dich, wirklich. Tschuldigung, aber das ist... Bah, alter. Man schießt immer wieder drauf. Man schießt, man schießt, man schießt. Und die respawnen die ganze Zeit. Das gibt's nicht. Das gibt keine Ende. Gib mir Muni. Du musst mir Muni geben. Gib mir Muni! Nachladen! Alter, was geht denn ab hier? Aufpassen, aufpassen. Opassen! Hat mein Freund immer gesagt. Du musst opassen! Ich muss hier irgendwie vor. Ich schiesse die weg, Alter! Wie fliegen! Schaut euch das an! Uh, da kommt was! Perfekt! Perfekt! So, vor, 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 rücken! Vor, 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 und runter! Perfekt! Kommts, 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 kommts! Unglaublich war's da! Breacher, da ist noch eine Höhle! Ringen ist hinter uns! Mother und Rabbit sind auf der anderen Seite! Tarzan, Specialist, mitkommen! Krantensicher! Sicherlich! Passt dem Bunker auf, worauf ihr schießt! Wir suchen Rabbit und Mother! Wir kommen, Burschen! Keine Angst! Wir werden das schon schaffen! Wir kommen, Burschen! Wir kommen, Burschen! Wir kommen, Burschen! Wir kommen, Burschen! Kontakt? Wo? Wir sammeln, dass Freacher hier aufsitzt! Dynamischer Zugang eignet sichern! Nur gezielte Schüsse! Machen Sie sicher! Wir drücken nicht X zum Überspringen, wir haben's geschafft! Das ist Rabbit! Da ist er! Da ist Rabbit! Da ist Rabbit! Los, beeilen Sie uns Jungs! Wir müssen ihn hier rauskappen! Jimmy! Voodoo! Jimmy, hier ist Voodoo! Scheiße! Die Schlacht ist gewonnen! Wir haben's durchgespielt! Ach, es geht nicht, Voodoo! Der Weg ist frei! Der Weg ist frei! Wir ziehen uns jetzt ruhig zu Braulers LZ! Er bringt uns sofortige Exfiltration! Verstanden! Kommen Sie zur LZ, Voodoo! Wir sehen Sie! Rabbit ist schwer verletzt! Wir brauchen Kesselbeck für ihn! Verstanden! Kommen Sie zum Heli! Der Sektor ist von sich anders zu tun! Zieht alles von Rabbit seiner Ansicht! Böse! Schaut euch das an! Wie geht's ihm? Hey Rabbit, halten Sie durch! Wir haben Sie! Wir haben Sie! Mann! Der Kabron ist echt zählt! Jimmy! Wie sieht's mit der Exfiltration aus? Mother! Wir arbeiten dran! Ja, der kann nicht mehr! Das wird wieder! Verdammt Mother! Wann werden wir abgeholt? Jimmy! Rabbit verblutet uns! Zum Teufel werden wir abgeholt uns! Mother! Hier ist Colonel Cracker! Nightstalker sind unterwegs! Sie kommen aus Kandahar! Scheiße! Das funktioniert nicht! Rabbits Weben hängt am seitenen Pfaden! Er ist Soldat! Er schafft das, Father! Sie sind unterwegs! Scheiße! Durchhalten! Er kommt durch! Er kommt durch! Wie sieht's aus? Wir müssen warten! Die Vögel kommen aus Kandahar! Nein! 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 Jimmy! Voodoo! Was zum Teufel ist hier los? Rabbits stirbt, wenn er nicht weiter aus dem Scheinberg bekommt! Ja, der stirbt! Wir sind gleich da, Bruder! Gleich ein bisschen schaffen! Ich gebe sie am Prawler 4. Neptune 1, Prawler 04, sind im Anflug am Geltzett in Sektor 201889. Er bitte Ladebericht über Feinstellungen in den Landeszone. Prawler 04, Neptune 1, kein Feind. Wir verlieren den Druck. Revit! Wiederholen Sie! Revit! Nagrob-Cantyback abgeschlossen, acht Helden an Bord. Roger, Prawler 4. Achtung, mehrere Kampfjäger im Anflug. Machen Sie es klar. Roger, Kampfjäger im Anflug, Sir. National 1, eskortieren Sie Prawler 4. Bein Raum verstanden. Gengis 5, attackieren Sie Killbox 1-Alpha. Laden Sie Zieldaten über sicheren Kanal. Bauer Gengis 5 auf Stau. Bauer unterwegs. QT 10 Sekunden. Das ist nicht das Ende. Hm. Nein. Ist es nicht. Wie geht es? Gurgel! Wie geht es? Boo! Wie geht es? Untertitelung. BR 2018 Ja. Ja, wir haben es durchgespielt. Oh, SMS gekriegt. Entschuldigung. Auch Linking Park hat sich hier natürlich eingeebnet. Das ist Linking Park, falls ihr das sucht. Fazit jetzt natürlich. Ja, für das Jahr, wo es rausgekommen ist, sicherlich nicht so ein schlechtes Spiel jetzt. Das ist, ja, ich habe mir jetzt extrem wirklich schwer getan, weil man halt die neue Engine gewohnt ist und auf einmal spielt man die alte wieder, die ein bisschen verzögert ist und nicht so gut kalibriert ist. Aber trotzdem, wir haben es trotzdem durchgespielt und es hat aber auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich habe nur 11 Parts gebraucht. Das ist eigentlich ziemlich gut, auch wenn jetzt da manche Parts halt über eine halbe Stunde geben. Trotzdem auch gut. Ist auch gut, wenn man das ein bisschen niedriger haltet. Ja, das Spiel selber ist, also die Geschichte ist fantastisch. Adams, Rabbit, Dusty. Dusty verwundert mich, dass er nicht vorgekommen ist. Irgendwie habe ich im Hinterkopf gehabt, dass wir auf den auch noch treffen. Ja, aber ansonsten passt das vollkommen. Okay, gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir wünschen euch, also ich wünsche euch was. Meinen Freunden und der Community. Und wir sehen uns da bei meinem nächsten Let's Play. Ich werde das natürlich sofort wieder raufladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst halt was da. Daumen, Kommentare. Und ein Abo eventuell da lassen, falls es euch wirklich gefallen, so wie ich spiele. Und wir sehen uns. Tschüss, Baba. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Let me go 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 Let me go